Welche persönlichen Erfahrungen machen wir in einer zunehmend digitalisierten Welt? In unserer Vorlesung und nun auch diesem Online-Kurs haben sich ausgewiesene Expertinnen und Experten mit den weitreichenden theoretischen und praktischen Implikationen digitaler Technologien auf unsere Gesellschaft beschäftigt. Hinter der Frage, was macht die Digitalisierung mit der Demokratie, steckt aber immer auch die Perspektive des Privaten und die Frage danach, was die Digitalisierung mit uns persönlich macht, wo und wie sie aktiv in unseren Alltag eingreift und wir uns täglich selbst damit konfrontiert sehen. Ich möchte den Anlass also gerne nutzen und ein Beispiel herausgreifen, das mich aktuell in meinem universitären Alltag in der Lehre, der Forschung und dem Studium beschäftigt und mit dem ich mich zwangsläufig beschäftigen muss. Es geht um den Einsatz von KIs in diesem konkreten Falle der künstlichen Intelligenz ChatGPT in der Wissenschaft. Dazu einmal Grundlegendes. Die Möglichkeiten, die digitale Technologien für die Gesellschaft bieten, sind unbestreitbar. Eine dieser Möglichkeiten ist der Einsatz von KI-Systemen wie ChatGPT in den Geisteswissenschaften. ChatGPT ist ein fortschrittliches, maschinelles Lernsystem, das auf großen Mengen an Textdaten trainiert wurde, um natürliche Sprache zu verstehen und zu erzeugen. Es kann verwendet werden, um Text zu generieren, Übersetzungen zu erstellen, Textur analysieren und andere Aufgaben durchzuführen. Der Einsatz von ChatGPT kann beispielsweise dazu beitragen, Studierende bei der Textanalyse und Textverarbeitung zu unterstützen, Zeit und Ressourcen in der Übersetzungsforschung zu sparen und die Erstellung von computergenerierten Texten für Dokumentationen und Präsentationen zu erleichtern. Das sagt mir jedenfalls ChatGPT, als ich das Programm gefragt hatte, mir ein Einleitungsstatement für diesen MOOC zu schreiben. Gar nicht so schlecht eigentlich. Über den Chatbot des US-amerikanischen Tech-Unternehmens OpenAI wird momentan viel gesprochen. Selbst Armin Wolf hat sich vor wenigen Wochen seine Anmoderation der Wettervorhersage in der ZIB2, der meistgesehenen Nachrichtensendung dieses Landes, von ChatGPT schreiben lassen. Spätestens seitdem ist das Programm auch in der breiteren österreichischen Öffentlichkeit angekommen. In unserer Ringvorlesung, aus der dieser MOOC ja hervorgeht, haben verschiedene Vortragende über Algorithmen, KIs und auch ganz explizit diesen Chatbot gesprochen. Und einige Punkte würde ich nun gern nochmal beispielhaft aufgreifen und dabei den Fokus auf die drei genannten Einsatzbereiche Lehre, Forschung und Studium legen. Was kann der Chatbot eigentlich? Wo gibt es Defizite? Muss ich mir sorgen um meinen Job machen oder kann ich das Tool auch sinnvoll nützen und wenn ja, wie? Ich möchte mit der Lehre beginnen. Berichte aus den USA haben gezeigt, der Chatbot ist durchaus in der Lage, ganze Lehrveranstaltungen auf Bachelor-Niveau zu konzipieren. Inklusive detaillierten Beschreibungen zum Ablauf der Einheiten, Literaturhinweisen, Hausübungen, Prüfungsfragen und Notenschlüsseln. Ich habe das mal ausprobiert. Dafür habe ich mich über das Eingabefeld auf der Website des Programmes mit einem sogenannten Prompt, also einer Anweisung quasi an ChatGPT gewendet. Meine Frage lautete, schreibe mir einen Syllabus für ein Seminar, das ich anhand konkreter geschichtspolitischer Beispiele mit Lehrstellen in der österreichischen Zeitgeschichtsforschung im europäischen Vergleich beschäftigt. Plane dafür 14 Einheiten, gebe ein bis zwei Literaturhinweise pro Einheit und überlegte Hausaufgaben für die Studierenden. ChatGPT hat dem Ganzen einen passablen Titel gegeben und innerhalb weniger Sekunden 14 Einheiten vorgeschlagen. Diese tragen dann Titel, wie etwa nationale Erinnerungskulturen, Identität oder die Rolle Österreichs in der EU-Integration oder aber auch Zukunftsperspektiven, Geschichtspolitik in der Dritten Republik. Und spätestens hier sollte man dann etwas stutzig werden. Interessant sind dann in weiterer Folge die Literaturvorschläge, etwa Einheit 1, Nachkriegsösterreich 1945 bis 1955 von Peter Rugenthaler, Einheit 2, Österreichs EU-Integration, Geschichte, Prozesse, Perspektiven von Andreas Maurer oder Einheit 3, Österreich-Unternationalsozialismus von Jörg Haider. Alle genannten Autoren haben zwar definitiv was mit den ihnen zugewiesenen Titeln gemeinsam. Peter Rugenthaler arbeitet viel zur Kriegsfolgenforschung, Andreas Maurer ist ausgewiesener Europahistoriker und Jörg Haider und Nationalsozialismus. Das passt auch irgendwie zusammen. Alle Publikationen sind in dieser Kombination jedoch vollkommen frei erfunden und existieren so nicht. Wie kommt ChatGPT also darauf? Bei der Generierung von Antworten stützt sich die KI auf einen Teilbereich des maschinellen Lernens, die sogenannten Large Language Models oder LLMs. LLMs verarbeiten riesige Mengen an Textdaten, Milliarden bis Hunderte von Milliarden an Parametern und leiten Beziehungen zwischen diesen Wörtern ab. Die Modelle sind in den letzten Jahren im Zuge des Fortschritts bei der Rechenleistung stetig gewachsen und wir können auch davon ausgehen, dass wir das in Zukunft weiter tun werden. ChatGPT wurde auf einer riesigen Anzahl von Textdaten, 45 Terabyte trainiert, darunter Bücher, Artikel und Online-Konversationen und vieles mehr, die es ermöglichen, laut OpenAI einen möglichst menschenähnlichen Dialog zu führen. Im Kern macht das ChatGPT damit zu einem unglaublich ausgeklügelten Wortvorhersageprogramm. Es ist nicht wissend, geschweige denn allwissend, sondern lediglich sehr gut darin zu erraten, welches Wort in einer Sequenz als nächstes kommt oder statistisch gesehen kommen muss. Ein Beispiel dazu. Wenn ich das Programm frage, wer der erste Mensch auf dem Mond war, ist die Antwort Neil Armstrong. Nicht, weil ChatGPT viel über die Mondlandung oder die Apollo-Mission weiß, geschweige denn eine Suchmaschine ist, sondern weil Neil und Armstrong statistisch gesehen am häufigsten auf diese Frage geantwortet werden. ChatGPT und ähnliche Tools generieren Antworten nun also auf Basis der Daten, mit denen das System trainiert wurde. Alles, was außerhalb dieses Trainingsdatenbereiches liegt, schlägt sich in den Antworten also entweder gar nicht oder eben falsch nieder. Und damit kommen wir zurück zu den dubiosen Literaturvorschlägen von vorhin. Die Details zum Datenset, mit dem ChatGPT trainiert wurde, wurden der Öffentlichkeit noch nicht bekannt gemacht. Offensichtlich, und das zeigen eben diese Literaturvorschläge, sind Informationen über die österreichische und europäische Zeitgeschichtsforschung noch sehr wenig in die Trainingsdaten eingeflossen. Die KI generiert mir zwar eine Antwort, die plausibel klingt, jedoch vollkommen frei erfunden ist. Und das bringt mich auch gleich zum nächsten Beispiel aus der Forschung. Ende Dezember 2022 ist eine Studie herausgekommen, die gezeigt hat, dass ChatGPT bereits so überzeugende Abstracts für medizinische Journals schreiben kann, dass selbst Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen diese oft nicht von den Originalen unterscheiden können. Dafür wurden von ChatGPT 50 Abstracts generiert, die dann mit den originalen Abstracts in den Journals verglichen wurden. Eine Plagiatsoftware erkannte in keinem der 50 Fälle ein Plagiat, was also zunächst einmal für die Originalität des KI-Textes steht. Und eine spezielle KI-Detektor-Software konnte nur 66 Prozent der Abstracts als von ChatGPT generiert identifizieren. Die menschlichen Gutachter und GutachterInnen erkannten bloß 68 Prozent der von ChatGPT generierten Texte, weil es also immer noch bedeutet, dass sie sich in einem Drittel der Fälle von dem Programm täuschen ließen. Interessant ist dabei wieder, dass die in den Abstracts von ChatGPT vorkommenden Zahlen, wie etwa die Anzahl der TeilnehmerInnen an den Studien oder die Wirksamkeit einer Impfung in Prozent, das waren medizinische Journals, vollkommen frei erfunden waren. Ähnlich wie bei den Literaturvorschlägen. Was bedeutet das also? ChatGPT produziert präzise, sprachlich ausgeklügelte und glaubwürdige Texte, die faktisch oftmals aber fehlerhaft, irreführend und schlichtweg falsch sind. Da sie inhaltlich jedoch so originär sind, springt weder ein Plagiatsprogramm darauf an und selbst ausgewiesene Experten und Expertinnen lassen sich täuschen. Gewissenhafte Quellenkritik ist also unabdingbar und noch wichtiger als je zuvor. Ganz im Sinne des journalistischen Kredos Check-Re-Check und Double-Check. Damit komme ich auch zum letzten Punkt. Universitäten und Bildungsinstitutionen aller Art stehen spätestens jetzt vor der Frage, wie mit dem Tool umgegangen werden soll. Prüfungen werden beispielsweise anstatt online wieder vor Ort in Präsenz abgehalten. Bei Verdacht eines Plagiats oder der Verwendung von ChatGPT als Prüfungsleistung kann laut Richtlinie der Uni Wien durch Plausibilitätschecks bei den in Frage kommenden Studierenden im persönlichen Gespräch nochmal nachgehakt werden, wie die Antwort nun tatsächlich zustande kam. Beim Schreiben und Lernen geht es aber mehr als nur um die Frage, ob jemand jetzt plagiiert hat oder nicht. Abgesehen von den neuen Herausforderungen, die diese Technologien in Bezug auf die Frage mit sich bringen, ob wir KI-Plagiate nun erkennen können oder nicht, bieten diese neuen Arten des Schreibens und der Textgenerierung auch Chancen, die wir erkunden müssen. Insbesondere in den Geisteswissenschaften gilt es also darüber nachzudenken, wie kritisches Denken vermittelt werden kann, wie kritische Fragen gestellt und die Verbreitung von Falschinformationen oder die Reproduktion von Vorurteilen durch KIs und Algorithmen verhindert werden können. Es hilft ChatGPT nicht mehr als bloßer Chatbot, sondern als synthetische Beziehung zwischen Mensch und Maschine zu verstehen. Es gilt über diese Beziehung und neue Arten des Schreibens und der Recherche sowie der Interaktion mit Technologie nachzudenken, anstatt uns über Plagiate aufzuregen oder zu befürchten, durch Bots ersetzt zu werden. Es gilt, Texte aller Arten noch kritischer zu analysieren und sich eine fundierte Meinung darüber zu bilden, wie die Welt ist und wie wir sie gestalten können. Im besten Fall entwickeln wir im transparenten Umgang mit ChatGPT neue Recherche-Kompetenzen oder vertiefen sogar die Fähigkeit, Erkenntnisinteressen geleitete Forschungsfragen zu formulieren. Lehrende können das Programm nutzen, um womöglich leidige Routineaufgaben schneller zu erledigen und so mehr Zeit für die persönliche Interaktion mit den Studierenden zu haben. So birgt ChatGPT eine große Chance für moderneren und digital bereicherten Unterricht.